Ah, klasse, wir müssen schon wieder hier, ähm, zu einem Straßenverbrechen. Halt, aber nicht... Nicht durch den Tunnel. Wollte ich sagen. Ah, okay. Was sind sie? Wo sind die? Ah, da runter, okay. Ah, okay. Das ist ein $30. Das ist ein $30. Und wir wollen noch nicht mal vom Zug überfahren. Das ist car 11K. Schuss fired at South Flower Street, Scott's Garage. It's code 4 here, but the suspect is down. I need an ambulance and coroner. 11K, roger on the ambulance and coroner. All units 11K reports code 4 on the shooting at 410 South Flower Street, Scott's Garage. Code 4. So, können wir jetzt endlich mal zum Tatort reisen. Und dann können wir jetzt mal zum Tatort reisen. Ja, aus dem Weg, aus dem Weg. So, hier waren wir gewesen. Bevor uns der Funkspruch ereilt hat. Ja, es gibt sehr wenig. Und wir müssen wieder zurück. Das nächste Straßenverbrechen. Ja, Sirene mal anmachen. Entschuldigung, mein Partner ist nicht der größte Fahrer in der Welt. Geil. Der Spruch war geil. Sind die mir genau vor das Auto gesprungen? Also das... Da konnte ich wirklich nichts dafür. Ja, genau. Da war's. Da war's. Da war's. Da war's. Ja, da war's. Ja, das war's. Was ist das? Lass ihn nicht auf dich kommen, wie ich es gemacht habe. Leider nicht. So, ob wir heute nochmal zum Tatort kommen. Ich bin gespannt. Ja, dieses Mal ist der mir aber reingefahren. Lass ihn auf dich kommen. Lass ihn auf dich kommen. Wow, da hätten wir fast den nächsten erwischt. Die Stadt kommt für die ganzen Schäden auf. Das nächste Straßenverbrechen. Ich glaube in dieser Folge werden wir nicht mehr zum Tatort kommen. Wie musste der hier rüberfahren noch? Der hat mich doch gehört. So, nächster werden wir ein Wiener, ne übernächster hier. Bunkerhof, okay. Okay. What's the situation? Half a dozen shooters, sir. Cold-blooded sons of bitches. Real professionals. What do you mean? Witnesses say they bounced in, aced the guards, went straight downstairs. Christ knows who they're working for, but whatever's in that vault, they want it bad. They picked the wrong thing to bother. Leave it inside. We've gotta clear out the bottom floor. Come on, make a push for the building. Kill a cop, it has the electric chair. Kill a cop, it has the electric chair. Oh ja, ich glaub die nehmen wir mal. Äh, nein, hier wollen wir nicht. Aufzug benutzen und Resorium untersuchen, okay. They block the goddamn stairs. Detective, take the elevator. Alright, I'll wait here. Don't give them a chance to regroup. Wish me luck. You have no idea what you're doing. Buddies upstairs are dead. That leaves you, pal. Come on, Paul. What the... Push in the leap, no? ... Is that the leap? Real clever, asshole! I'm gonna find you! Give it up, Junk. I can't wait there. You're a fuckin' f*****. You're a f*****. Uh-uh! Just you and me, you can't live to tell the tales. I got you down, mothaf*****. Das ist es! Das sind sie alle! Car 11 K. Schuss getötet, Suspekte sind runter. Wir sind Code 4 hier, aber ich brauche eine Ambulanz bei Bank of America. 7. und Olive. Notifikant, Coroner und Detektiv-Händler. So, ob wir jetzt so zum Tatort kommen, das ist die Frage. Hat sich das eine Auto gerade in Luft aufgelöst? Ich wusste, da kommen wir nicht dran vorbei. Bis zum nächsten Mal!